Ja! Alle rein hier! Party! Party, Party, Party! Wer wird als erstes sterben? Ich hab eine Waffe. Wer hat noch eine? Und ich denke mal nicht, dass hier das Treppenhaus irgendwie noch lang gelaufen ist. Ich hab eine Waffe. Was ist er denn? Was ist er denn hin? Eine Pistole ist besser als ein Bogen. Sorry. Äh, 65. 65. Nee. Gut möglich, ja. Gut gespielt. Ich find's witzig, wie nett die Leute eigentlich so drauf sind. Ich denk mal, ich fahr jetzt einfach in eine Richtung. Wir gucken einfach mal. Dude, dude! Dude, dude! Huch! Ich hab sogar extra noch Dude gesagt, aber irgendwie wollte er nicht. Wollte er nicht. Er wollte einfach nicht. Ha! Ha! Er klemmt hinter der Tür, hm? Okay. Sorry. No problem. I was stuck in the door. Yeah, I saw that. I saw that. Ich bin so sorry. Gut Glück. Danke. Hier ist noch irgendwer anderes. Ich weiß nicht wo der ist. Ich weiß es nicht. Retreat. Oh. Hui. Haha. Jetzt soll ich mich aber erschrocken. Oh. Taktischer Rückzug sag ich nur. Sehr, sehr taktischer Rückzug. Puh. Da läuft er. Da läuft er. Oh ja. Da läuft er. Da ist mein Platz 1. Da ist mein Platz 1. Ha ha. Höh. Nein! 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 Jo man! Fuck! Ich glaub's nicht! Oh man! GG! Das tut grad so weh! Oh man ey! Oh fuck! Da ist ein Stein! Ein rettender Stein! Da hinten ist auch noch einer! Also da steht einer! Den hab ich doch sich bewegen sehen! Ich glaub der liegt aber nur! Oder er sitzt! Ich weiß aber nicht warum der nicht aufs Auto schießt! Oh! 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 Oh gut dass ich den gesehen hab! Der kam einfach mal aus dem Gas raus! Kranker Typ! Okay! Helf-Kit! Helf-Kit! Nicht vergessen! Oh man! Oh man! Oh man! Die zieht vor allem richtig viel ab hier! Das bleibt doch mal stehen! Nein! Ah! Da hinten ist auch noch einer! Den haben wir! Ok! Platz drei! Wenigsten! Fuck, fuck, fuck. Ich weiß, wo die anderen beiden sind. Fuck. Shit, ey. Wo ist der letzte? Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Oh, das ist der im Auto. Das ist der im Auto. Was macht er? Ich habe jetzt wenigstens noch hier ein bisschen Deckung. Ich habe genügend Munition, mein Freund. Das können wir gerne so spielen, das Spiel. Ich muss mal gucken, welches Gebiet hier ausgewählt wurde. Rechts unten, perfekt. Genau bei mir. Nein! Jo, Mann. Go fuck yourself. Wie oft habe ich den getroffen? Nein, Mann. Es ist echt schon das zweite Mal, dass ich das zweite werde. Ich glaube es nicht. Ich habe acht Leute gekillt. Und dann kommt er da an und one-shottet mich einfach weg. Oh, Mann. Ja, ich glaube ich fahre einfach mal auf den Berg hoch. Warum nicht nur? Machen wir das mal. Ach, der Pferd. Okay, das war keine gute Idee. Hier irgendwie nicht in Deckung zu gehen. Ich habe jetzt gerade gedacht, okay. Du hast doch so viele First Aid Kits. Rennst du einfach mal rein wie ein Rambo. Hey, du hast doch mal rein. Hey, du hast doch mal rein. Oh mein Gott. Ich muss mich fahren. Ich muss meine alten Kitscheid. Ich hoffe, dass du gewinnen. Danke, danke, danke. Danke. Ich liebe dich. Ich versuche, ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Oh, hier ist schon die Grenze, sehe ich gerade. Oh, oh, oh. Taktischer Rückzug. Er ist im Gas drin, nicht ich. Nein, kein Benzin mehr. Fuck. Kein Benzin mehr. Kein Benzin mehr. Ich glaube, der ist sogar gestorben, oder? Der wird wahrscheinlich durch das Gas irgendwie draufgegangen sein. Aber da hat man gemerkt, in der Situation war einfach die AK super am Nachteil. Ich hätte meine AR nehmen müssen. Dann hätte ich ihn auch ein bisschen schneller gehabt. Ja, ich glaube, der ist tot. Sonst wäre der jetzt eigentlich schon längst draußen. Da ist sein Loot. Sollen wir es riskieren? Komm, wir riskieren das. Ich gucke nur mal schnell, wie viel das abzieht hier. Passt. Es geht. Es geht. Es geht. Außerdem habe ich dann gleich ein Auto noch von ihm. Bitte hab Health Kits. Ja. So muss es sein. Bandagen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Schön. Perfekt. So macht man Geschäfte. So macht man die Geschäfte hier. Ich hab den nicht mal gesehen. Och. Ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab einfach nur in die Richtung geschossen, wo ich die Schüsse gehört hab. Ach du Scheiße. Hui. ... ... ... ... ...